Hallo, ein Rezeptvideo zum Thema Transformationsmethode. Bevor ich anfange, kurze Info vorweg. Wenn ihr noch absolut gar keine Ahnung habt, worum es hier genauer geht, seht zu, dass ihr auch die anderen Videos guckt, weil das Ding hat ganz schön seine Tücken, gerade hier im Bereich der Funktionsbereiche. Aber gut, das gesagt, worum geht es bei der Transformationsmethode? Wir wollen Zufallszahlen mit einer bestimmten Verteilung erstellen. Was heißt das jetzt nochmal? Nehmen wir an, wir wollen im Computer Zufallszahlen erstellen, dann sind die in der Regel gleich verteilt. Dann sieht der Graf ungefähr so aus. Das heißt, alle Zahlen kommen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit vor. Jetzt kann es aber sein, dass wir eine andere Wahrscheinlichkeitsverteilung haben wollen, die vielleicht zum Beispiel so aussieht. Das heißt, dass zum Beispiel eine 1 oder eine 2 sehr, sehr häufig vorkommen, aber eine 10 vielleicht nicht mehr so häufig, also fast gar nicht mehr, und eine 300 schon eigentlich, ja, kommt fast schon nie vor. In dem Fall können wir die Transformationsmethode benutzen. So, dazu Schritt Nummer 1. Wir brauchen eine Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion. Die wird meistens als fx bezeichnet. Was ist eine Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion? Das ist die Funktion, die diesen Graph hier, diese Kurve hier zeichnet. Ich habe mal als Beispiel e hoch minus x genommen. Das ist diese Kurve ungefähr. Wichtig nochmal zur Anmerkung. Die Funktion geht eigentlich hier noch weiter nach oben, links neben der y-Achse. Aber wir haben ja hier zwei Bereiche und dieser Bereich sagt, dass wir das hier nicht haben, sondern nur den rechten Teil. So, als nächsten Schritt finden wir die kumulative Funktion. Was ist die kumulative Funktion? Das ist die Stammfunktion, einfach nur von dem Ding. Und die allgemeine Formel sieht so aus. Wir integrieren von minus unendlich nach, Achtung, x. Kurzer kleiner Hinweis. Dieses x ist dieses x, hat nichts mit diesem x zu tun. Dieses x wurde in dieser Formel zu einem y nicht verwirren lassen. Okay, konkret sieht das in unserem Beispielfall dann so aus. Wir integrieren von 0 bis x. Warum von 0 bis x? Warum ist das minus unendlich jetzt zu 0 geworden? Weil hier ist ja gar nichts mehr. So, dann rechnen wir das aus. Dann kommt hier oben das raus. Und unten die 0, die bleibt einfach 0. Okay, als nächstes müssen wir einfach die Inverse. Dritter Schritt, Inverse finden von dem Groß fx. Und, oh Gott, was war nochmal die Inverse? Die Inverse war, wenn wir eine Funktion haben, die die Inverse wäre, und dann würden wir das x reintun. Und würden wir das Ergebnis in die Funktion Groß f reintun, dann würde wieder das x rauskommen. Aha. Und jetzt? Konkret heißt das, wir müssen einfach diese Formel von eben, Achtung, diese Formel hier, das ist die, die hier steht, müssen wir sie einfach nach x auflösen. Das sieht dann so aus im Ergebnis. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir dringend auf die Bereiche achten. Wir wissen natürlich von hier oben, das gilt nur von 0 bis x. Deswegen wissen wir, doof gesagt, also x muss größer als 0 sein. Und deswegen wissen wir, x muss auch hier größer als 0 sein. Wir wissen aber auch, dass durch den Logarithmus hier das x kleiner als 1 sein muss. Ganz wichtig. So, und jetzt kommen wir in Nummer 4, Schritt Nummer 4. Jetzt packen wir einfach unsere gleich verteilten Zufallszahlen in unsere inverse Funktion rein. Und dann kommen wir auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wir hier oben mit fx angegeben haben. Auch hier wieder eine wichtige Anmerkung. Achtung, ich habe hier so eine eckige Klammer geschrieben. Aber eigentlich ist das in unserem Beispielfall hier ein offenes Intervall, weil wir wissen ja, hier in den Logarithmus eine 0 einsetzen ist nicht so cool. Auch wenn ihr ein Computerprogramm schreibt, was das benutzt, achtet darauf, dass da keine 1 rauskommt. In so einem Fall. Okay, das soll es gewesen sein fürs Rezept. Weitere Informationen gibt es in den nachfolgenden Videos.